noch ist das mit dem Verhör noch gar nicht so wichtig, weil wir müssen immer noch Hauptmänner beherrschen, das lernen wir bald hier ist nirgendwo da ist ein Drache sehr schön, die können wir beherrschen Schatten aufsitzen, jawohl, jetzt sind wir auf dem Drachen, sehr geil halte RT gedrückt, um Feuer zu spucken und Macht zu erhalten drücke A, um mit den Flügeln zu schlagen und einen Geschwindigkeitsschub zu erhalten durch präzise Flügelschläge erlangst du mehr Geschwindigkeit halte X gedrückt, um dich nach unten zu stürzen und Feinde hinweg zu tragen halte LT gedrückt, um genauer zu zielen halte während des Zielens Y gedrückt, um nach oben zu fliegen oder B, um nach unten zu fliegen drücke bei voller Macht während des Zielens RB, um einen Feuerball auszuspucken Oha Geil Also können wir schneller fliegen Flammenatem ist das hier Sehr cool Das gibt jedes Mal einen Flügelschlag wenn wir A drücken Doch Doch das ist schon Finge minimale 3 14 Música Oder Musik Haus ?" ертв Das ist geil. Das ist geil. Das ist geil. Das ist geil. Das haben wir gut gemacht. Ich lobe uns einfach mal selbst. Hier müssen wir noch ein Monument zerstören. Da oben gibt es noch ein Ziel, das wir markieren können. Ein Hauptmann. Aber erstmal würde ich sagen, machen wir die Quest. Und dann haben wir alles soweit. Das war dein schlimmster Schmerz. Da drüben hat sich was bewegt. Fehlers oder Pfeilers. Starten. Was verlangte den Einfall in Mordor? Fehlers, die Tugend der Gerechtigkeit. Sauron hatte mich und mein Volk verraten. Und er sollte dafür büßen. Okay. Ein Drachen, das sind ja auch noch Tümpfen. in dem Fall. Oh, Töte auch zu Explosionen. Da habe ich gar nicht drauf gefurrt. Hm. Und das hier. Okay, wir müssen Dachem übernehmen. Alles klar. Nee, wir können ja schon groß sitzen. So, wir machen das nochmal, übernehmen sofort einen Drachen und dann explodiert sowieso alles. Wenn wir dann mit den Flammen über das Gebiet gehen, da wird sowieso alles explodieren. Von daher ist das kein Problem, machen wir das so. Was verlangte den Einfall im Mordor? Fählers, die Tugend der Gerechtigkeit. Sauron hatte mich und mein Volk verraten und er sollte dafür bösen. Sobald wir alle Orts besiegt haben. Alles klar. Die greifen uns gar nicht an. Die sind nur auf die Drachen fixiert. So, wir gucken schnell auf den Drachen. Das ist doch nicht, das ist doch wirklich ein Problem. Sie sind zur Hölle oder so. Dann bin ich���. So, wir brauchen das Abm Töte Orks mit Explosionen. Da haben wir hier auch gar nicht so viel was exportieren könnte überhaupt. Wenn man jetzt mal guckt, also hier ist an sich gar nichts, gar nichts was explodieren kann. Also wir müssen unbedingt schneller sein. Das machen wir nochmal. 15 Orks mit Explosionen töten. Was ist das für eine Quest? Was verlangte den Einfall in Mordor? Fellas, die Tubend der Gerechtigkeit. Sauron hatte mich und mein Volk verraten und er sollte dafür bösen. Ja. Das ist das für ein Wunderschönen. Das ist das für ein Wunderschönen. Okay, jetzt haben wir schon 10. Für einen Feuerball ist das auch eine Explosion? Probieren wir mal. Ah, Feuerbälle sind auch Explosionen. Alles klar. Dann ist das easy. Dann sammeln wir, äh, also wir stacken quasi unsere Energie hoch mit eben Flammate. Machen dann Feuerball. Ja. Zeichen. Ja. So. Jetzt haben wir direkt die nächsten. Ja. 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 Laura. Ja, dass ein Aufmerksamkeit geht, Metin. fora. Ich würde aus samenwerken. Hotelklingale ... Was verlangte den Einfall in Mordor? Gümm. Die Tugend der Gerechtigkeit. Sauron hatte mich und mein Volk verraten und er sollte dafür büßen. Die Tugend der Gerechtigkeit. 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 Die Tugend der Gerechtigkeit.